Eine reiche Witwe war sehr krank. Sie gelobte, eine Kapelle zu bauen, wenn sie genesen würde. So geschah es. Und an dem Tag, als sie gesund ward, ließ sie eine Gans fliegen, und wo sie sich niederließ, erbaute sie das Gotteshaus. Das Tier landete auf dem Hilgenhall, dem heiligen Berg, neben dem sich später der Ort Bad Bergen und irgendwann auch die neue Kirche St. Georg bildeten. Wenn man sich fragt, wo der Hilgenhall heute ist, er wurde für den Bau der B68 eingeebnet. Der Schwan auf dem Kirchendach allerdings erinnert noch heute an die Sage von der fliegenden Gans, die den Ort für die erste Kapelle festlegte. Also das Schönste für mich in der Kirche ist vom Aussehen her die Orgel und natürlich, wenn die Orgel spielt. Holzpfosten und Balkenreste belegen, dass die erste Kirche hier um 900 gebaut wurde. Der älteste Kirchenbau im Osnabrücker Land. Unter dem Kirchturm war einst der Altarbereich. Wieso zieht ein Altar um? Das Gebäude erhielt im Laufe der Jahrhunderte ein neues, deutlich größeres Kirchenschiff, welches einfach an der anderen Turmseite angebaut wurde. Der Altar musste im Osten seinen Platz bekommen und rückte dementsprechend weiter Richtung aufgehender Sonne. Der Turmraum bleibt bis heute aber ein einzigartiger und kraftvoller Ort. Die Badberger Kirche steht offensichtlich für Entwicklung. Nach dem Westfälischen Frieden wurde sie zeitweise sowohl evangelisch als auch katholisch genutzt. Dafür erhielt der Taufstein einen geteilten Kupferkessel. Damit war für die Täuflinge das entsprechende Wasser ihrer Konfession gesichert. Jedoch nicht jede Vereinbarung zwischen den Konfessionen funktionierte so reibungslos. Man sagt, als die eine Gruppe ihre vereinbarte Gottesdienstzeit überzogen habe, sei der anderen Gruppe die Hutschnur geplatzt und sie habe dann kurzerhand den Pastor von der Kanzel gezerrt. 1869 kam es dann zur Schlichtung, denn die katholische Gemeinde erhielt ihre eigene Kirche. Ein Relikt aus dem katholischen Glauben ist auch eine Marienfigur, welche einst die Kuppel der Kanzel schmückte. Sie wurde in evangelischer Tradition entfernt und kehrte erst 2015 wieder zurück. Die Maria tritt von ihrem neuen Platz aus mit einer Marienabbildung auf der Kanzel in einen Dialog. Ihre Gesichter sehen sich übrigens zum Verwechseln ähnlich. Der Schnitzkünstler muss im 17. Jahrhundert für beide Figuren dasselbe Modell gehabt haben. Eine offenbar einheimische junge Frau, blonden Haar, schmales Gesicht, längere schmale Nase, ist auf beiden Darstellungen zu sehen. Eine Maria aus Bad Bergen könnte man meinen. Wer außen um die Kirche geht, wird feststellen, dass der Bau der Sakristei die Sicht auf zwei Kirchenfenster verhindert. Sie zeigen nicht nur Vertreter des Neuen Testaments, sondern auch des Alten, Mose und Jesaja. Jesaja hier mit einer Schriftrolle, seinen drei Büchern. Die beiden sind gleichzeitig auch bedeutende Propheten im Judentum. Mit folgendem Segen aus dem vierten Buch Mose enden traditionell unsere Gottesdienste und es ist der Abschlusssegen in Synagogen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!